Hallo an alle Schlaflosen und Kribbelfreunde da draußen, alles klar bei euch? Ich hoffe es geht euch gut, schön dass ihr da seid. Hier ist ASMR, Zeitgeist und mit dabei unser etwas blasser, aber cooler wie noch aller Buddy, Alex. Bist du deutsch? Das ist die Frage, die ich echt am häufigsten gestellt bekomme. Die sehe ich in den Kommentaren unter jedem Video. Hiermit ist es offiziell. Ja, bin ich. Die zweithäufigste Frage ist, wann machst du mal ein Video auf Deutsch? Heute ist es endlich soweit. Ein komplettes Video mit deutschem Flüstern. Und euren Top-Triggern, die ihr euch in der YouTube-Story auf Instagram und Twitter gewünscht habt. Ich freue mich. Wenn ihr öfter mal deutschen Content sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. desto mehr positives Feedback, desto wahrscheinlicher. Übrigens, das Video haben sich meine Kanalmitglieder und Patreons in der Umfrage gewünscht. Deshalb jetzt ein kleiner Shoutout an drei meiner Mitglieder. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid die Besten. Jetzt aber genug von dem Vorgeplänkel. Zeit, sich ein bisschen zu entspannen. Macht's euch so richtig gemütlich. Schüttelt euer Kissen auf. Setzt auf jeden Fall eure Kopfhörer auf für den binauralen Effekt. Genießt die Sounds. Genießt die Sounds. Hört einfach zu. Vergesst alles andere. Genießt das Kribbeln. Genießt das Kribbeln. Und los geht's. Okay, also diesen Trigger habt ihr euch überraschenderweise echt oft gewünscht. Der hier kommt gerade frisch aus der Packung. und ist deshalb besonders klebrig. Tapping auf klebrigem Flow. Fühlt sich gut an. Direkt bei den Ohren. Ich hab wirklich schon Tonnen von dem Zeug gekauft. Heute hab ich einen weißen passen zum Farbschema natürlich. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich ein bisschen crazy mit meinen Farbschemen bin in den Videos. Das muss alles zusammenpassen. Sonst bin ich nicht happy. Wir brauchen eine Nummer Härte. Die deutsche Sprache ist ja voller Anglizismen, wie ihr wisst. Ich frag mich die ganze Zeit, ob sich das Wort tingles jetzt im deutschen ASMR schon so etabliert hat. Oder ob man eher Kribbeln sagen sollte. Dass wir Trigger sagen, ist ja klar. Auslöser wäre irgendwie ein komisches, spätiges Wort, oder? Gibt es denn auch eine adäquate Übersetzung des eigentlichen Begriffs? Also ASMR. Autonome Sensory Meridian Response. Lass mal überlegen. Autonom sensorische Meridian Reaktion vielleicht. Auch ein nettes Geräusch, oder? So mit den Flow über den Kopf zu räumen. Stellt euch mal vor, dass wir eine real life ASMR behandeln. Jemand, der schön Flow über euer Gesicht rollt. Es gibt hier ein paar Kollegen, die real life ASMR anbieten. Aber die brauchen dann natürlich andere Sachen. Wenn ihr meinen Kanal öfter mal schaut, dann habt ihr die Dinge hier bestimmt schon mal gesehen. Das sind Lampenschirme. Habe ich von der Küchenlampe geklaut. Die sind super zum Tappen. Vor allem, wenn man sie direkt über die Ohren stellt. Und machen die ein total intensives Chapping-Geräusch. Gefällt euch das? Hört sich gut an, oder? Man kommt schon auf die abgefahrensten Ideen, wenn man nach neuen Trägern sucht. Aber das ist ja das Schöne. Es gibt immer wieder neue, coole Sounds zu entdecken. Vielleicht will man direkt übern. So hypnotisch, so einschläffend. Lasst uns ein bisschen mehr Gas geben. So hypnotisch, so einschläffend. Ich liebe diese Cognac-Schwämme aus der Druckerie. Allerdings habe ich die noch nie für mein Gesicht benutzt, um ehrlich zu sein. Immanuel von ASMR Videos. Los! 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 Total das angenehme Knistern. Wie Schaum. Auf Deutsch zu flüstern ist schon echt was anderes als auf Englisch, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall easier, weil ich mir nicht überlegen muss, ob die Grammatik stimmt oder die Aussprache. Ich könnte mich dran gewöhnen. Es gibt ja so viele großartige deutschsprachige ASMR Artists. Einige von denen schaue ich regelmäßig. Ich würde auch gerne mal mit den anderen deutschen ASMR Artists zusammen was machen. vielleicht eine große, coole Gollab. Hättet ihr da Bock drauf? Gefallen euch diese Schwammsounds? Ich finde die super. Ich finde die super. Entspann dich. Gefallen euch diese Schwamma. Gefallen uns. Gefallen euch das. Heute bekomme deine Ohren mal eine richtig schöne Spa-Behandlung mit allem Drum und Dran. Sie haben es verdient, würde ich sagen. Nur das Beste für deine Ohren. Eine schöne Bohrentiefe Reinigung mit diesen Gognac-Schwemmen. Danach sind die so sauber wie noch nie. Das Beste für deine Ohren. 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 Diese Luftbefeuchte haben sich einige von euch gewünscht. Und ich kann auch gut verstehen wieso. So ein beruhigender, hypnotischer Sound. Diese Summen und Brummen. Und das kleine Plätschern zwischendurch. Außerdem sehen die Dinger cool aus, oder? Mit dem Dampf und dem Licht. Das Beste für deine Ohren. So nah an deinen Ohren. Spürst du den kühlen Darm? Kühl und weich. Kühl und weich. Ries. Kühl und weich. Kühl und weich. Ries. Hört sich ein bisschen an. Ries. Wie die Geräusche. Von einer weit entfernten Autobahn. Auf eine sehr angenehme Weise. Dieses kleine Plätschern gefällt mir besonders gut. Merkst du schon was vom Kribbeln? Natürlich habe ich mir echt Gedanken gemacht, was man in einem deutschen Video machen könnte. Und da hatte ich dann so ein paar Ideen, die ich Gott sei Dank verworfen habe. So ein bisschen Oktoberfest-Style. Mit Brezeln und Bier. Der ganze Kladderadatsch. Die Klischee-Nummer sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Wir machen einfach ein ganz normales Soundassortment. Aber diesmal halt in Deutsch. Das Rauschen der Luft-Befeuchte. Das Knistern meiner Jacke. Das kleine Plätschern. Oder einfach zu. Und nochmal super nah an deinen Ohren. Und nochmal super nah an deinen Ohren. Auf der einen Seite. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite. und auf der einen Seite. Und ganz nah an deinen Ohren. Entspann dich total. Alles, was dich heute genervt und beschäftigt hat. Das ist jetzt vollkommen egal. Spielt absolut keine Rolle. Alles, was zählt, ist der Moment. Und die Sounds. Hör einfach zu. Schalt ab. Alles ist gut. Also ein ASMR Video ohne Latex Handschuhe, das geht nicht. Oder wie seht ihr das? Ja, das geht nicht. Ear cupping mit Latexhandschuhen, auch so ein Klassiker. Sanftes Teppchen auf deinem Kopf mit Latexhandschuhen, von der einen zur anderen Seite. Die Handschuhe harmonieren schön mit meiner knisternden Jacke, oder? Ein sehr knisterlastiges Video. Wieso eigentlich sind Latexhandschuhe, wie auch sonst so viele Dinge, die man mit Ärzten und Arztbesuchen assoziiert, so beliebt im ASMR? Habe ich keine Antwort drauf, stelle ich einfach mal so in den Raum. Sagt ihr es mir in den Comments. Ein bisschen Fingerflatter. Okay. Wir gehen jetzt über zu was Simplem. Dennoch höchst wirksam. Eine schöne glitschige Ohrenmassage mit ein bisschen Lotion. Damit es so richtig schön flutscht. Ear cupping. Hört sich ein bisschen an, als seist du unter Wasser, oder? Und gleich nochmal. Das ist wiederum eine Behandlung, die ich mir ganz gut in der Realität vorstellen kann. Sicher angenehm, wenn jemand stundenlang deine Behandlung massiert, oder? Naja. Naja. Der Sound ist ja fast schon so gut wie die Realität. Tapping mit klebrigen Lotionfingern auf deinen Ohren. Tapping mit klebrigen Lotionfingern auf deinen Ohren. Merkst du, wie du mehr und mehr entspannst? Naja. Gibt dem einfach nach. Mach ein kleines Nickerchen, wenn du willst. Du hast es verdient. Schließ die Augen. Lass einfach los. Bleib, 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 bleib. Bleib, bleib. Bleib, 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 bleib. Sie talvez den Augen der Bethlehensbrüte ausbauen, oder? Das ist ganz nett, oder? Das war's für heute. Okay, lass uns zu etwas intensiveren Sounds übergehen mit dieser Badekappe und diesem großen Nackenpinsel vom Friseur. Da muss ich echt sehr vorsichtig sein, sonst wird es zu laut und zu harsch. Viele von euch mögen Kringle-Sounds. Ich mag die auch sehr gern. Ganz langsam. Es fühlt sich so an, als hättest du die Plastikgruppe auf. Ich mag die Plastikgruppe auf. Gefallen dir diese plastik knisterten Geräusche? Ich finde die Sonne. Ganz sachte mit dem großen Pinsel schreiche ich dir über deinen Kopf. Super hinten sie direkt auf deinem Ohr. Und auf der anderen Seite. Und jetzt fahre ich nochmal mit dem Pinsel langsam über den Kopf. Über die Stirn. Langsam zum Hinterkopf. Runter zu deinem Nacken. Und zurück über die andere Seite. Das ist gut, oder? 360 Grad Knister. Das ist gut. Und direkt auf dein Ohr. Für super interessiert ist das. Ganz sachte. Kleine kreisende Bewegungen. Und die andere Seite natürlich auch. Ganz sachte. Ganz sachte. Das ist für alle, die es ein bisschen intensiver mögen. Total angenehm, oder? Die weichen, flauschigen Fellbuscheln. An deinen Ohren. So ein bisschen wie Meeresrauschen. Vielleicht stellst du dir schon vor, wie du am Strand liegst. Der Sand zwischen deinen Zähnen. Die warme Luft auf deine Haut. Urlaub. Urlaub. Das wär schön, oder? Gönn dir einfach jetzt ein bisschen Urlaub. Deine Fantasie. Genießt deinem kleinen Urlaub. Hier und jetzt. Lass uns die Sounds jetzt mal ein bisschen variieren. Mal ein bisschen schneller. Mal ein bisschen schneller. Und jetzt mal sanft gegen deine Ohren klopfen damit. Ganz sanft streiche ich dir jetzt über die Ohren. Ganz sanft. Ganz sanft. Hörst du das Rascheln? Meine Jacke. Das ist heute die ganze Zeit dabei. Deswegen habe ich die ausgesuchte Jacke. Gefällt mir. Ich kaufe mir meine Klamotten. Unter dem ASMR-Spec. Muss ich gut anhören. Alles andere ist nebensächlich. Die Dinger erinnern mich so ein bisschen an meinen weißen Garten. Ronny. Hast du auch ne Katze? Hast du auch ne Katze? Oder ne Noni? Habt ihr schon mein Video mit meinen beiden Katzen gesehen? Wenn ihr Katzen mögt, dann schaut's euch mal an. Ganz sanft streiche ich dir über die Ohren. Ganz leicht. Kitzelt vielleicht ein bisschen. Da haben einige von euch schon sehnsüchtig drauf gewartet. Diese durchsichtigen Silikonschwemme. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Eine kleine, kreisende Bewegung. Diense 42, diense 442. Wie bei diesem Wasser. Die lände AAA water gegen 4, wenn du droppst. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020